Guten Tag, mein Name ist Dr. Morten Sapphire, renommierter Parawissenschaftler und Historiker. Entführt wurde ich noch nie, bis zu dem Tag, als Professor Lanewood vor meiner Tür stand. Mein alter Dozent und ein ausgesprochen gefährlicher Mann. Für die Herausgabe von für mich ausgesprochen wertvollen Informationen zwang er uns, Dinge zu tun, die ich in dieser Form weder bereits erlebt habe, noch zu erleben beabsichtige. Für meine Familie lasse ich mich jedoch selbst auf die Gefahren uralter Alchemie ein. Was das bedeuten soll? Nun, das hören Sie am besten selbst. Twilight Mysteries, Folge 8, Lanewood.